Hallo und willkommen zurück bei Factorio. Wir wollen gerne heute die Forschung weiterführen, die Energieauslastung senken. Wobei das geht noch. Im Moment sind ja auch vier Dinger tätig. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen gedulden. Also ich gucke erstmal, dass ich die grünen Dinger automatisiert hergestellt bekomme. Das hatten wir ja schon nachgeguckt. Das war gar nicht so hart. Da brauchen wir elektronische Schaltkreise. Die machen wir aus einer Eisenplatte und Kupferkabel. Research ist komplett. Dann nehme ich nochmal einmal hier schneller schießen eben. Oder gehen wir schon in Richtung schnelles Fließband, was ich gerne hätte. Was ist das? Oh, mehr Strom. Strommäße mit mehr Reichweiten sind natürlich auch schön. Leerzeitgürtel auch immer praktisch. Stapelgröße. Aber ich suche eigentlich... Was ist das hier? Express? Ach, gibt es auch noch. Ich bräuchte was, was das... Aha. Ein Akkumulator. Eieiei. Gibt ganz schön viel Zeug hier, muss man ja mal sagen. Ähm, ja. Ich mache erst nochmal die Schussgeschwindigkeit und kümmere mich jetzt hier rum. Hier haben wir schon ordentlich Fließbände angesammelt. Da stecken wir mal ein paar von ein. Die brauchen wir eh. Irgendwann nochmal. Und müssen die dann jetzt da rausnehmen. Und zusammen mit Eisenkabel in eine Montagemaschine packen. Dafür brauchen wir auch noch jede Menge Eisen. Und ich glaube fast, wir müssen hier mal irgendwo ein bisschen was unterbinden. Denn... Wir produzieren viel zu viel. Was hat er eigentlich zu tun? Gar nichts, ne? Ist im Moment auch Stand-by. Achja, logischerweise. Wir haben nämlich hier abgeschalten, dass wir... ...die Dinger produzieren wollten. Warum auch immer. Eigentlich brauchen wir die doch. Achso, hier kommt... Ah, hier kommt kein... ...kein Eisen mehr an. Gut, das ist natürlich nicht so gut. Also wir brauchen auf jeden Fall, denke ich, erst nochmal mehr Eisen sehe ich hier gerade. Und irgendwo wird gekämpft. Hier ist alles gut. Da auch. Bombard hier schafft. Oh, ne, ich gut bekommen habe. Genau so muss das laufen. So, ich setze hier einfach nochmal einen Erzförderer dazu. Schaden kann es ja nicht. Und Fließbänder aber sowieso genug. Ähm, ja, das ist auch egal, ob die von da oder da kommen. Einen freilassen, noch einen freilassen, dann geht es hier hoch. Und, du mein kleiner Freund, darfst hier deine Arbeit verrichten. So, ich glaube, jetzt gehe ich aber dann auch tatsächlich erstmal wieder nach oben. Ach, ich hätte schon gerne noch zwei Dampfmaschinen dazu. Da brauchen wir noch eine ganze Ecke an Zeug. So, außerdem brauche ich auch hier mehr Eisenplatten, denn wir brauchen gleich Eisenplatten dafür. Und Kupferkabel. Ein Kupferkabel ist, kommt einfach aus einer Kupferplatte. Ja, sogar zwei Kabel aus einer Platte. Häm, häm, häm. Kupfer kriegen wir von hier aus der Kiste. Da brauchen wir einen intelligenten, knickarmen Roboter, der da Kupfer rausholt. Dann machen wir ja auch nochmal ein unterirdisches Fließband hier gleich durch. Oder können wir irgendwie das Kupfer anders abgreifen? Ne, machen wir hier. Machen wir so, passt schon. So, mehr Eisen kommt schon nicht an, denn ich habe das Fließband falsch gebaut. Aber das ist ja nur noch ein Tastendruck. Haben wir ja letztes Mal rausgefunden, dass wir auch Sachen, die schon stehen, drehen können. Enorm praktisch. Ich frage mich, warum hier so viel ankommt, aber da nicht. Das Ding ist zu lahm, glaube ich, da brauchen wir ein schnelles. Obwohl dann hier wieder nichts ankommt. Mäh, mäh, mäh. Aber wir erhöhen ja die Kapazitäten, dann passt das. Weil der echt flott ist. Aber egal, wir brauchen auf jeden Fall auch Eisen hier. So, und da kommt ein neues Zeug zum Forschen. Dann schauen wir mal, haben wir genug jetzt? Nein. Gerade wieder natürlich besser gebaut. So geht das hier. Da bleibt nichts lange liegen. Ich glaube auch hier muss ich noch mal demnächst ein bisschen. So, ganz viel geklaut und jetzt geht es aber nach oben mit zwei davon und zwei davon. Und dann werden wir noch einen davon brauchen. Den Rest haben wir da. Damit können wir nämlich auch unseren Kohlekonsum etwas verstärken. Jetzt weiß ich noch nicht, kriege ich das genug erhitzt, damit das durch drei durchläuft. Werden wir sofort sehen. Ich setze auf jeden Fall noch mal eins dazwischen. Ach, da kann ich gar nicht durchlaufen. Da muss ich noch mal eben hier. Hier auch noch mal einen dran. Da müssen wir eben die Stromversorgung kappen. Das passt aber. Ich denke, das überstehen wir. So gerade eben. Ach ja. Stimmt. Wir haben ja die Blöden. Was hat mich dazu getrieben, hier diese Ecke reinzubauen. Also wirklich. So ein typischer... Ach, egal. Ich brauche nicht nachdenken, was ich hier tue. So. Tipptipptipp Strom. Machen wir hier rum. So. Passt. So, jetzt brauchen wir noch das Ding hier. Ah, hier sieht man jetzt schon. Die Wassertemperatur steigt hier schon. Warum steigt hier denn hier schon eins früher? Ist das so viel Auswirkung? Ich glaube, die Dinger sind noch nicht mal annähernd ausgelastet hier. Aber egal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Die kriegen jetzt ja ordentlich auch zu tun. So. Ich hätte einfach die Temperatur hier überprüfen sollen. Von daher da. Ihr dürftet jetzt arbeiten, theoretisch. Ach, die haben keinen Strom mehr. Ich bin so blind, ne? Also manchmal denke ich mir, ich sollte vielleicht nicht um zwei Uhr nachts aufnehmen. Verfügbare Leistung 100%. Hälfte ausgenutzt. Perfekt. Haben wir einiges wieder zusammen. So. Wie sieht es hier aus? Da kommen jetzt auch mal von oben ein paar Eisenplatten an. Das ist schön. Das heißt, das hier passt. Ah, hier staut sich das Ganze jetzt auch. Da müssen wir eventuell doch nochmal auch hier mehr intelligente Knicker am Roboter einstellen. Oder nochmal einen... Ich weiß nicht. Ich glaube, es liegt nicht an der Reinschöpfungsgeschwindigkeit. Da ist immer zwei drin. Da wäre vielleicht nochmal ein Brennofen ganz cool. Steine haben wir ja genug mitgebracht. Ähm, auch nochmal hier so. So, Brennofen. Einen höher. Ich bin hier nur am... Ich will immer weiterkommen, bin aber nur am Kapazitäten ausbauen. Das ist auch übrigens eine typische Krankheit in dem Spiel. Tja. Hier merkt man schnell, dass es nie groß genug sein kann. Finde ich zumindest. So richtig Unternehmergeist wird hier gefördert. Und wir brauchen das Kupfer hier raus. Wobei gerade auch unsere Kupferproduktion ein wenig zurückgegangen ist, weil wir alles voller Eisen gehauen haben. Müssen wir eventuell gleich nochmal... Ja. Ich hole jetzt erstmal das Kupfer raus. Und zwar mit diesem intelligenten Knicker. Wobei... Eigentlich... könnte ich da alles rausnehmen. Und... So einfach geht es nicht. Aber fast. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Ich denke, ich werde die Kiste hier vielleicht ganz auflösen. Und alles in diese Kiste räumen lassen. Und da hole ich mir dann raus, weil ich brauche mit einem intelligenten... Ander, Quatsch. Komm, machen wir hier. Wir sind ja nicht so. So, da brauchen wir jetzt zwar keinen intelligenten, aber auf jeden Fall einen schnellen, denke ich. Der sollte die Kiste gut leer halten. Der räumt die Sachen da raus. Und zwar hier drauf. So. Dann geht es einmal unter die Erde. Und wieder raus. Ich lasse mal einen frei. Vielleicht brauchen wir den noch. Wir haben es ja. So. Und jetzt brauchen wir Montagemaschinen ein paar. Ja. Das sind auch Erzförderer. Ja. Schwupp. Alles einsammeln. Äh. Den schnellen Roboter, der kann hier schon hin. Na. So. Der muss natürlich auch Kupfer, ja genau. Und ich glaube, ich sehe auch schon das erste Problem. Nämlich... Staut sich hier gerade Kupfer, weil er es nicht schnell genug reinbekommt. Äh. Dann nehme ich den mal eben für hier. So. Das geht nämlich so nicht. Wenn ich das mache, wie ich mir das erst vorgestellt habe, kommt da was Falsches raus. Muss ich hier mal doch eben erst nur Kupfer nehmen. Und dann überlege ich mir später, wie ich das mache. So. Kupferplatten. Hm. Hm. Und... Ja. Wie kommt das nochmal weg hier alles? Denn die Kupferplatten kommen natürlich in eine Montagemaschine. Die aus den Kupferplatten dann... Krimskrams macht. Und dieser Krimskram wird da drauf gelegt. Äh. Wir brauchen... Kabel. Noch. Ja, das wäre zwar schön, aber erstmal nur Kabel. Kabel. Oh, es geht flott. Gut. Ähm. Oh, Mann. Hallo? Warum lässt sich mein Fenster jetzt nicht schließen? Ja. Jetzt ging es irgendwie, konnte ich das Fenster jetzt nicht zumachen, aber nicht so wild. So, jetzt kommen hier nämlich Kabel an. Und die brauchen wir dann zusammen mit den Eisenplatten da raus. Ja. Zusammen mit dem Eisenplatten... Ja, ich bin gerade abgrübeln. Ist so ein bisschen tricky gerade manchmal. Wenn man es nicht so direkt vor Augen hat, muss man da schon mal ein bisschen nach überlegen. So. Der macht mit das. Und der steht auch vor allen Dingen... Hä? Verdammt, ein zu hoch. Na, da müssen wir ja nochmal tauschen. Wäre ja auch zu schön, wenn sowas mal beim allerersten Mal direkt passt. Wäre auch absolut unrealistisch. Also kann ich gar nicht verantworten. Ich hoffe, das geht so. Aber... Ich glaube, es geht nicht so verdammt. Kein Problem. Wir sind da vollkommen flexibel. Kommst du einen hier nach hinten. Und du kommst da hin. Und du machst hier da Dummstidu und... Stellst mir jetzt gefährlichst hier Kabel her. Geh mit Ärger, Jung. So, der ist falsch rum. So, hier kommen also jetzt unsere Kabel an. Und zwar viel mehr, als wir brauchen wahrscheinlich. Jetzt habe ich wieder keinen Roboter. Der braucht mal den. Da machen wir eh noch ein paar von. Und ich mache mal überhaupt ein paar auf Vorratchen. So. Achso. Jetzt muss ich warten. Gut. Während wir warten, brauchen wir noch eine Montagemaschine. Ja. Und dann bräuchten wir gleich auch mal Stahlträger. Da habe ich ja auch schon mal überlegen. Die müssen wir nämlich eine Zweier-Montagemaschine bauen. Oh, wir haben ja einen Angriff. Ich gehe mal schnell gucken. Hui. Ganz gut, richtig gucken wir. Denn unsere Geschützturme wurden so eben zerfetzt. Also die Gegner werden übrigens auch mehr. Ja. Aber dass die uns so... Hui. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ähm. Sollten wir auf jeden Fall vielleicht noch was dann ändern. Ich weiß auch schon was. Wir sind nämlich ganz fies, was Basisverteidigung angeht. Und wir werden gleich einfach eine Mauer direkt vor den Turm bauen, damit die da erstmal... Erstmal zu kämpfen haben. So. Hier sind keine Eisenplatten drin. Das ist gut. Also gut, im Sinne von... Ach man, ich brauche Eisenplatten. Eigentlich auch dringender als das hier. Dann würde ich sagen... Machen wir es so. Und ich greife hier einfach ein paar ab. Weil ich dann das... Ja, okay. Der produziert ja nur, wenn er braucht. Dann ist das kurze Band ja auch schnell voll, ne? Und da brauchen wir noch einen. So. Dann haben wir die und die. Und die müssen wir dann nur noch zusammenführen. In diese Maschine. Hier bauen wir um. Da. Da und da hin. Der muss das da rausholen. Und... Da muss auch was rauskommen. Und das Ganze lagern wir... Hier in einer Kiste. Nein! Quatsch! Kiste. Tch. Wer braucht den Kisten. Das Ganze muss natürlich... Hier ankommen. Jetzt müssen wir das noch einstellen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Eine automatisierte Produktion für grüne kleine Wissenschaftspakete. Einziger Nachteil ist jetzt noch, dass die hier alles verstopfen, wenn die nicht gebrochen werden. So. Und es mangelt auch immer noch am Eisen, glaube ich. Aber aus irgendeinem Grund wird hier nicht weiter produziert, weil die Zahnräder fehlen. Weil hier kein Eisen ankommt. Weil entweder er das abgreift und von hier oben kommt auch nichts mehr rein. Dann ist jetzt hier nochmal normal hin. So. Ja. So. Damit haben wir unsere Stromkapazitäten erweitert. Und produzieren Wissenschaftskits. In zwei Farben. Das heißt, wenn ihr Bullet Speed... Ich mache hier das nochmal eben aus. Oh ne, Moment. Das lösen wir eleganter. Und zwar indem wir hier eine Kiste hinsetzen. Da stellen wir jetzt nichts dran, weil wir nämlich kein Metall mehr haben. Das ist... Ja. So, hier sieht man jetzt schon. Ich habe mich teilweise hier schon echt eingebaut. Manchmal schon mal überlegen, wo zum Teufel muss ich überhaupt hinlaufen. Hui. Wir haben ein bisschen Eisen gelagert. Ist ja ganz gut. Müssten wir da vielleicht nochmal rausholen dann. Da wird eigentlich nur das von oben gelagert, ne? Egal. Wobei ich denke, genau. Eine Kiste, die wir befüllen mit Restzeug. Und wenn wir den Restzeug verwenden können, haut er das da rein. Beziehungsweise können wir es direkt auch auf die andere Seite nochmal tun. Dann bitte aus der Kiste in das Wissenschaftenzeichen. So müsste eigentlich alles klar gehen. Gut. Gut. Also. Wir produzieren jetzt Wissenschaftspakete 2 automatisch und haben unsere Stromkapazität enorm erweitert. Nämlich um 33%, beziehungsweise um 50% zum vorherigen. Weil unsere Verteidigung ist hin, müssen wir uns nochmal gerade darum kümmern. Ich verabschiede mich für diese Folge und sage bis zum nächsten Mal. Euer Schum... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... Na? Selbst ist der Mann. Euer Schumwok. Du schregn Mast verwenden immer N começером. In Gn. � давно es gibt. Nein. Um. Die kann das B Screwspaket werden.